Ist es nicht komisch? Wir wissen genau, was in unserem Essen steckt. Wie viele Vitamine, Mineralien, leider auch Kalorien. Wir wissen, was in unserer Kleidung steckt. Und sogar in unserer Zahnpasta. Aber nicht, was in unserer Handyrechnung steckt. Deshalb zahlen manche für ein Handy, obwohl es schon längst abbezahlt ist. Ich will das nicht mehr. Ich will Klarheit. Ich will wissen, wofür und wie ich bezahle. Ich will, was ich will. Könnt ihr mir ein Angebot machen? Ja, das Wie-Ich-Will-Prinzip. Da entscheide ich jetzt selbst, wann, wie viel und wofür ich bezahle. Mehr auf Wie-Ich-Will-AT. Klarheit, das verbindet uns.